Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Das ist der Rügel. Die Säcke sind aus der Gesellschaft. Sie sind aus der betteren Veranstaltung. Alle sind unterwegs. Alle auf der Seite bitte! Applaus Und das sieht doch alles noch total entspannend aus. Ich darf nochmal, wie es nicht personalisiert ist, Ted mit Jasper, der da mit dabei ist, Matthias und auch mit Tobias. Das ist auch zum jetzigen Zeitpunkt, Michaela ist, glaube ich, und ist auch richtig flott unterwegs. Hier kommt das nächste, etwas größere Feld, angeführt von Patrick, Max ist mit dabei und Andreas und Simon, die hier mehr oder weniger gemeinsam laufen. Torben, Torsten könnte aufschließen, vielleicht, und sich so ein bisschen mitziehen lassen von der Gruppe, die jetzt zur Verpflegungsstation so leichten schlechter gelaufen ist. Hier kommt Dirk, eine Runde muss er noch. So, da kommen unsere Fahrräder, das heißt, wir sind wieder an der Spitze. Da kommt der Sieger vom Leichlauf 2023, präsentiert von Rodius Mineral, für die Zeit gibt es gleich. Das ist der Sieger, gratuliere! 1549, offiziell. Simon, herzlichen Glückwunsch! 1549, das ist deine Zeit, lieber Simon.